Ich bin der Jul, ich bin 26 Jahre alt. Ich betreibe leidenschaftlich Sport, in meinem Fall ist jetzt Kano-Rentsport. Meine Freunde würden sagen, ich bin laut, ich bin verrückt, ich bin durchgedreht. Ich bin ein Freak, was Sportlern geht. Meine Mission, was ich mir gerne wünsche, ich möchte auch ein perfekter Athlet sein. Ich möchte, wenn jemand mich sieht und sieht, oh das ist Leistungssportler, möchte ich auch, dass die wissen, dass wenn ich jetzt mit einem anderen Sport anfange, ich da sofort gut drin bin. Ich möchte nicht dieser typische Kanute sein, der nur ganz schnell von A nach B fahren kann. Ich möchte wirklich ein Athlet sein. Ich möchte mich athletisch weiterentwickeln, denn dort in meiner spezifischen Sportart einfach auch noch besser zu werden. 2017 sind wir Europa- und Weltmeister geworden. Dazu haben wir dann auch noch den Weltcup gewonnen. 2018 konnten wir dann auch wieder zwei Weltcup-Siege feiern, sind Europameister geworden. Dort sind wir auch einen Weltrekord gefahren und sind dort auch wieder Weltmeister geworden. 2019 haben wir einen Weltcup gewonnen, bei einem Weltcup im Zweiten und bei der EM und WM waren wir jeweils Vierter. Wir müssen einfach noch mehr machen, noch akribischer trainieren, sich besser vorbereiten, besser nachbereiten, besser auf die Regeneration hören, im Training immer Vollgas geben und im Ende in der besten Form unser Leben zu sehen. Wenn man einmal wirklich da oben stand und erfolgreich war und gewonnen hat, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ja, also Wasser ist für mich pure Natur, pure Schönheit, aber ebenso auch gleichzeitig pure Gewalt. Natürlich ist mein allerbestes Ziel, bei Olympischen Spielen teilzunehmen und dort halt auch der Beste zu sein. Das Sprichwort dabei sein ist alles. Das ist so gar nicht meins. Das lebe ich gar nicht. Ich will da nicht hinfahren, um irgendwie nur da zu sein. Ich will da hinfahren, mein Partner wirklich. Ich will da rocken. Ich will da gewinnen. Das ist mein Traum. Wir haben viele Jahre schon sehr erfolgreich zusammen Wettkämpfe bestritten. Wir haben das Talent dazu. Wir haben den Nagels dazu. Und ich will da hinfahren und ich will der Beste sein. Ich bin Joe Oetzer und ich bin ein Maritime Prodiginer.